So Freunde, dieser Kanal hier macht jetzt zwei Wochen Sommerpause, das heißt ich werde hier jetzt keine weiteren Videos veröffentlichen. Das Ganze hat einen Grund, ich bin nämlich auf Tour und zwar für meinen Hauptkanal, werde ich jetzt in den nächsten Wochen, beziehungsweise in den 16 Tagen neuen Freizeitparks besuchen, damit ich auch wieder Material auf meinem VBGTube Kanal habe. Und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Real-Life-Stuff, dann schaut ruhig auf dem Kanal mal vorbei. Wenn ihr Bock habt mir so mehr oder weniger live in die Parks zu folgen, dann schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite unter Video Park Guide findet ihr mich da vorbei oder auf Instagram unter vpg-Tube, beziehungsweise als dennyvpg findet ihr mich da und dort werde ich über die nächsten Tage live aus den Parks Post senden regelmäßig. Und danach sehen wir uns dann auf diesem Kanal mit Gaming wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ich bin jetzt erstmal raus, ihr bleibt gesund und haut rein!